Das ist hier der Einmik. Er ist das erste Mal hier raus, seit er hier ist. Seit, weiß ich nicht, Monaten. Vielleicht sogar über ein Jahr. Sarah und Fabiana haben es nie für notwendig gehalten, sich mit ihm einmal abzugeben. Und deswegen verrottet er hier. Und heute ist die Drana hier mit ihm an der Leine. Wir sind vorsichtig, wir lassen ihn nicht frei laufen. Aber er ist weder unfreundlich noch sonst was. Im Moment jedenfalls. Wir? Er freut sich und frisst doch im Fristgras.